Wenn man etwas verändern möchte und nichts anderes bedeutet unternehmen, dann geht man auf die Suche. Man liest Bücher, Blogs, schaut Videos und hört Podcasts. Man schlüpft in die Rolle einer Selbstlernenden und sucht sich Role Models, die einem den Weg weisen. Es gibt Workshops, Kurse, ganze BWL-Studiengänge, aber nichts hilft einem so richtig, unternehmerisch zu wirken. Also sucht man weiter, immer weiter. Man schaut sich Websites von anderen an, wie sie sich eigentlich finanzieren. Dann sieht man EU oder sonstige Fördertöpfe. Aber ist das wirklich Unternehmertum? Wir haben hier im deutschsprachigen Raum eine kleine Start-up-Kultur, aber auch diese basiert wesentlich auf fremdem Venture-Kapital. Nur wenige Unternehmen scheinen wirklich sinnvolle Dienstleistungen oder Produkte zu vertreiben, die vom Markt benötigt werden. Von einem sinnhaften Markt, nicht diesem weit verbreiteten, sinnentleerten Markt. Und wenn man dies alles so durchschaut hat und dann immer noch weitersuchen muss, dann schaut man über den Teich. Wie machen die das eigentlich? Da stellt man fest, auf dem globalen Markt gibt es jede Menge Menschen, die aus sich selbst heraus etwas schaffen. Per Bootstrapping. Also sich selbst finanzierend. Was ich da selbst beobachtet und gelernt habe, bin ich für euch am Aufbereiten. Ich zeige euch Modelle von anderen, ganz normalen Menschen, gleich welchen Alters, die sich auf den Weg gemacht haben und gut davon leben können. Schaut es euch an, ihr werdet sicherlich ähnlich staunen wie ich. Schaut es euch nicht.